Willkommen zurück zum Anno 1800 Let's Play. Wir machen auf der Kaffeeinsel weiter. Wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir hier dieses schöne, kompakte Layout benutzt. Außenrum ein bisschen individuell eingestellt natürlich, da kriegt man natürlich nochmal viel mehr Farm rein, aber für diesen Platz, der ja begrenzt war, waren das die maximale Anzahl an Gebäude, die wir jetzt reinbekommen haben. Und dann ist mir noch aufgefallen, hier brauchen wir natürlich noch eine Feuerwache, damit wir hier auf jeden Fall keine Brandwahrscheinlichkeit und erst recht keine Explosionswahrscheinlichkeit beim Tankhof haben. Man könnte den Tankhof natürlich auch nochmal pushen. Mit einer Handelskammer habe ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil es ja nur die Produktion erhöhen würde und wir müssen eh über die ganze Insel verteilt mehrere Tankhöfe bauen, wegen der Erreichbarkeit, dass auch immer alles nah genug ist, also die Farmen nah genug sind. Von daher glaube ich nicht, dass uns das jetzt viel bringt, aber ich werde mir nochmal Gedanken drüber machen in den nächsten Folgen, ob das doch Sinn macht. Wenn, würden wir hier einfach ein paar Felder abreißen, Handelskammer rein, gut ist. Aber eigentlich finde ich das jetzt hier nicht so sinnvoll. So, hier haben wir noch kein Zeug. Was machen wir eigentlich in dieser Folge? Ich denke, in dieser Folge werden wir dann auch die ersten Kaffee-Röstereien mal bauen. Dann kann ich euch auch mal ein Layout zeigen, was ich kenne, was wir aber kaum hier reinbekommen werden oder zumindest nicht viele davon. Ich denke, anpassen müssen wir die auf jeden Fall. So wie meistens bei oder in der neuen Welt, die ganz großen Layouts kriegt man meistens nicht auf die Insel oder nur an einigen wenigen Stellen. So, jetzt hatten wir uns ja, oder hatte ich mich dafür entschieden, dass wir hier ruhig doch mal ein paar Gebäude zeigen und alles. Also, wir müssen hier nicht alles optimal machen. Ich denke, wir können ja das auch noch ein bisschen aufbauen. So, was können wir machen? Äh, Düngerwerk. Wollen wir das hier hinbauen? Nein, oder? Wir könnten die hier reinsetzen und dann hier so ein paar Alpaka-Farmen, aber das wären recht wenige. Wenn wir das machen, dann lohnt es sich kaum, das mit einer Handelskammer zu pushen, oder? Wenn wir Dünger hier herstellen wollen, vielleicht hier, wobei hier ist alles so, haben wir so wenig Platz. Vielleicht machen hier weitere Farmen eher noch Sinn in dem Bereich, dass wir hier möglichst viele Kacheln ausnutzen für die Farmen, für die Felder. Und dass wir vielleicht Dünger eher auf die Seite hier packen und dann hier so ein paar Alpaka-Farmen und dann hier vielleicht Kaffee-Röstereien, kleines Layout. Und dann kriegen wir vielleicht nochmal so ein, ähm, kompaktes, ähm, na, Kaffee-Bohnen-Kaffee-Plantagen-Layout rein, wo wir dann die, ja noch offenen Kacheln vielleicht alle, möglichst alle oder so viele wie möglich auf jeden Fall ausfüllen. Das wäre eine Variante. Oder wir bauen die Kaffee-Röstereien erstmal hier auf. Das erste kleine Layout. Wäre auch möglich. Ich sag mal so, wenn wir hier auch genug Bevölkerung vielleicht dann doch reinkriegen, auch mit dem Rathaus zusammen, könnte man vielleicht später sogar das alles komplett abreißen. Dann können wir das hier auch noch nutzen für Kaffee. Ja, weiß ich nicht. Dünger. Ja, ich würde sagen, Dünger machen wir dann doch wirklich auf die Seite. Ich glaube, das gefällt mir jetzt so spontan am besten. So, das gleich erstmal hier so aufbauen. Aber vielleicht doch möglichst an die Seite. Was haben wir hier für einen Radius bis dahin? Vielleicht so. Dann bauen wir hier recht viele Alpaka-Farm hin. Was würden wir denn reinkriegen? Hier wahrscheinlich noch so eine Reihe. Das Ding ist, es reicht auch ein Düngerwerk. Also vielleicht kann ich das auch immer so zeigen. Also wenn wir jetzt einfach mal nur die Alpaka-Farm haben. Wir brauchen hier natürlich gleich noch eine Straße. Das habe ich natürlich nicht so schlau gemacht. Mal so. So, Alpaka-Farm laufen ganz normal. Bei 100% könnte man natürlich auch ein normales Silo anschließen. Wenn wir jetzt das Düngerwerk bauen, dann sehen wir gleich, dass die Alpaka-Farm eben noch ein zusätzliches Item produzieren. So, was fehlt dir jetzt noch? So, wir sind ein bisschen zu... Noch was hier hin. Radius passt noch. Ja, sieht gut aus. So. Ja, und jetzt sehen wir eben hier den Buff, dass jetzt auch noch missproduziert wird. Das Ding ist, man braucht dann, ja, für die ganzen Alpaka-Farmen theoretisch, also alles, was im Radius ist, eben auch nur ein Düngerwerk. Können wir ja einfach mal zeigen. Es wird jetzt nicht mehr missproduziert, wenn wir zwei haben. Ja, es wird trotzdem nur bei jedem dritten Arbeitsschritt einmal Mist produziert pro Alpaka-Farm. Das heißt, das bringt nichts. Wir brauchen aber natürlich mehr Düngerwerke, um mehr Dünger herzustellen, weil hier unten sehen wir, ne, das, was die Düngerwerke letztendlich hier machen. Sie stellen aus dem Mist dann auch diesen Dünger her. Und jetzt produzieren wir schon, ähm, ja, recht viel Mist. Fünf Tonnen die Minute. Haben aber viel zu wenig Dings, ähm, Düngerwerke. Aber die können wir dann, ähm, also die, die nur produzieren sollen, also aus dem Mist einfach nur Dünger machen sollen, die können wir überall hin platzieren, ja. Die können wir, ähm, Hauptsache jetzt in dem Bereich von der Hacienda natürlich, aber die könnten wir auch hier hinten noch reinquetschen, wo wir ein bisschen Platz haben zum Beispiel. Auch wenn wir hier keine Alpaka-Farm haben, ja, werden die trotzdem, äh, Dünger herstellen. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir schon näher dran. So, das dazu. Ich würde sagen, reicht uns das jetzt erstmal zum Zeigen und, ich meine, wir wollen ja hier später vielleicht auch noch ein paar Farmen hinmachen, oder? Oder wollen wir jetzt hier nur Dünger produzieren auf der Seite? Und hier könnten wir auch noch ein paar Farmen vielleicht hinsetzen. Oder noch mehr Bevölkerung. Ich reiße das jetzt einfach mal ab hier. So, kriegen wir das dann noch mal rein. Würde das noch im Radius sein? Das würde eigentlich noch passen. Das sieht doch ganz gut aus. Was haben wir dann für eine Produktion an Mist? Neun Tonnen die Minute. Ich bezweifle, dass das dann für die ganze Insel reicht. Wir können das natürlich und werden das dann später auch noch mit einer Handelskammer natürlich, ähm, verbessern. Können wir schon mal hinsetzen. So, meine Frage ist jetzt nur, wie machen wir das? Na gut, hier werden wir eh nicht mehr viel hinbekommen. Wir könnten hier noch ein paar Farmen dann hinsetzen, vielleicht auf die Seite, die hier rauslaufen, aber da die eh nicht so viele Felder benötigen, lassen wir die Farmen vielleicht auf der Seite auch einfach weg. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Produktion. Das ist doch schon mal in Ordnung. Ja, dann machen wir jetzt hier wirklich nur noch mehr Bevölkerung, würde ich vorschlagen. Die Straße können wir auch mal so eine Steinstraße machen. So, hier. So, der hat da keine Verbindung mehr. Okay. Machen wir das Ganze so. Dann setzen wir, denke ich, das dann doch erst mal wieder dahin, wenn wir dann hier die Handelskammer nutzen. Ähm, ja. Dass die Düngerwerke dann natürlich auch alle davon getroffen werden. So. Dann können wir mal gucken. Kriegen wir hier auch ein Ratesgut rein? Bestimmt. Vielleicht würde ich direkt da in die Position. Dann denke ich, werden wir die auch mal komplett versorgen. Jetzt noch nicht in der Folge, aber dann stellen wir auch mal die Chili-Soße her. Schnaps können wir ja auch aus der alten Welt kriegen oder aus dem Kap. Einfach importieren. Ein paar öffentliche Gebäude können wir jetzt schon mal hinsetzen. Was brauchen wir alles? Was wollen die noch haben? Oder was brauchen wir? Natürlich Krankenhaus, Feuerwache. So, die ganz normalen Bedürfnisse halt. Damit werde ich mich nicht zufrieden geben. Genau, Atole werden wir uns dann nochmal anschauen. Den Rest können wir zum Teil importieren. Müssen wir mal gucken. Das sieht doch so eigentlich ganz gut aus. Wie man sehen kann, wie man sehen kann, die Pflaster, also diese Straßen von der Hacienda, haben wir jetzt auch schon fast komplett verbraucht für dieses kleine Areal. Also, ist schon ein bisschen wenig leider. Aber, ja, so ist es halt. So, dann müssen wir auch mal schauen. Wie machen wir das mit den Schienen? Wir brauchen später natürlich höchstwahrscheinlich hier noch irgendwo einen Tankhof. Hier werden wir vielleicht einen hinbauen. Nach unten hin möglicherweise später auch. Das heißt, ich würde sagen, auch wenn ich es immer so hässlich finde, das so am Rand entlang zu ziehen, ist das wahrscheinlich hier die beste Wahl. Na, warum hast du das nicht richtig? Dann ziehen wir die Schienen hier einmal so lang. Dann können die später hier rüber und auch, das ist nicht, vielleicht der Straße entlang nach unten laufen. Braucht man das hier alles nicht? Straße können wir dann auch hier lang ziehen. Ich denke mal, wir werden dann hier unten, wie gesagt, Farmen hinmachen, dass wir dieses Areal dann auch noch mitnehmen, dass wir das gut nutzen. Genau. So, das ist schon mal in Ordnung, würde ich sagen. Dann mache ich hier mal nochmal, lege ich nochmal eine Straße lang. Und dann würde ich sagen, versuchen wir hier, ich überlege gar nicht, versuchen wir hier noch eine Dingsnähe, das wäre ein bisschen zu viel Platz, ne? Ob wir hier Kaffee-Röstereien-Layout schon hinsetzen? Eins, kleineres, und dann drumherum farmen, ne? Ich denke, wir werden es anders machen. Wir nehmen dann einfach so ein Layout auf der rechten Seite, packen das hier noch rein, wenn dann, und versuchen alle Kacheln zu füllen. Dann wären wir vielleicht das erste Layout für die Kaffee-Röstereien hier hinsetzen. So gut es geht. Ich kann hier einmal zeigen, wie so ein maximales Layout aussehen würde. Haben wir hier ein bisschen Platz? Könnte auch gar nicht mal kurz upgraden. Brauchen wir mal ein bisschen mehr Platz hier, ne? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Schauen wir uns das mal an, wie so ein Layout aussehen könnte. Vollständiges. So, Kaffee-Röstereien. Blaupausen-Modus. So, Kaffee-Röstereien. So, Kaffee-Röstereien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der Marco ist halt immer super, weil wie man sehen kann, gibt er einem Kaffeebohnen zurück. Das heißt, wenn so eine Kaffee-Rösterei einmal oder zwei, zweimal durchläuft, also zwei Kaffeebohnen aufbraucht für das Herstellen von Kaffee, dann gibt es immer einen zurück. Das heißt, man spart echt eine Menge ein. So, was nehmen wir hier noch mit rein? Feras, würde ich sagen, der ist immer gut. Und was hat man noch mitgenommen für diesen Zweck? Ich denke mal, die. Genau, da haben wir nochmal zusätzlich Schokolade, die wir als Nebenprodukt produzieren und eine erhöhte Produktivität von 40%. Binde ich eigentlich ganz gut. Dann haben wir zwar kaum Reduktion der Arbeitskräfte. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir wollen ja unsere Arbeitskräfte auch aufbrauchen, von der passt das schon. So, was haben wir jetzt? Das haben wir 125 Tonnen, die wir schon produzieren an Kaffee. Wie wir sehen können, Kaffeebohnen haben wir immer noch genug. Wird aber auch schon viel aufgebraucht. Also, was wollen wir jetzt noch machen? Katastrophen oder Zwischenfälle, wie sieht es aus? Wir haben keine Brandwahrscheinlichkeit aktuell. Ist das schon bei voller Produktivität? Ne, ne? Es fällt noch alles hoch. Genau, hier haben wir jetzt eine hohe Brandwahrscheinlichkeit. Solange keine Explosionswahrscheinlichkeit herrscht, ist es nicht ganz so schlimm. Solange man eine Feuerwache in der Nähe hat, die das Ganze dann auch löscht. So, schauen wir mal, dass wir vielleicht hier noch die Polizei reinbekommen. Sollte ein Aufstand entstehen. So, ich baue mal noch ein Lagerhaus hier hin. Wir haben natürlich ein bisschen wenig gebaut. Wegen den Items für das Düngerwerk. Können wir eigentlich mal schauen. Was es da gibt. Neue Items wurden ja nicht hinzugefügt. Aber es gibt echt viele, die hier wirken, wie ich gerade sehe. Genau, das hatten wir ja schon vor... Oder mit eingeplant. Wissen wir schon produziert haben. Oder im Vorschungsinstitut schon hergestellt haben. Das war auch Ether 0 bekommen. Im Campus errichten. Genau. Was haben wir hier noch? Das Rimm lautet Glocke. Würde auch wirken für Arbeitskräfte natürlich. Genauso wie der Human Inkarnateur. Alles gut. Läuft das Ding mit Strom? Nein. Ne. Läuft die mit Strom. Ähm. Werde ich mir nochmal überlegen, welche Items wir da genau dann sockeln werden. Genau. Schauen wir mal. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Kaffeeproduktion. Wir könnten auch gleich schon mal eine Handelsroute einrichten. Warum nicht? Dann kommt davon auch schon mal eine Menge in Crown Falls an, würde ich sagen. Wir wollen eine Transferroute haben zwischen Cup und der Neuen Welt. Hatten wir noch keine? Hatten wir noch nicht. Schnappen wir uns hier die Kaffeeinsel. Crown Falls. Und dann nehmen wir hier ganz normal einfach den ganzen Kaffee mit. Oder vieles davon. Hier dann alles rausschmeißen in Crown Falls und zur Not über Bord schmeißen. Nehmen wir mal gleich, ich weiß nicht, vier Schiffe vielleicht mit. Ich hatte mal gesagt, Cup, neue Welt, ne? Genau. So, was haben wir für einen Bedarf in Crown Falls? Das schaue ich mir auch gleich mal an, ob wir dafür zumindest schon genug produzieren. Wir haben Kaffeebedarf von, ach so, gerade mal 79 Tonnen. Ja, haben wir locker. Das haben wir locker. Wo ist jetzt die Insel? Hier ist die Kaffeeinsel. 125 Tonnen, die wir produzieren aktuell. Das heißt ja auch, wir können in Crown Falls jetzt schon den Import von Kaffee rausnehmen. Ja, dann könnten wir den Rest der schweren Geschütze dann einfach umwandeln in Dampfwegen. Und gut ist. Genau. Ist so ganz gut. Dann haben wir in der Folge jetzt schon mal Kaffee hergestellt. Wie gesagt, wir werden hier dann oben wahrscheinlich noch mehr Kaffee Röstereien dann hinbauen später. Wir werden den ganzen Platz versuchen zu nutzen. Wegen den Items für die Düngerwerke werde ich mir nochmal anschauen, was mir da am besten gefällt. Und ja, ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Und dann können wir, ja, weiter nach unten bauen natürlich. Und vielleicht auch den Radius jetzt hier mal voll machen. Mit weiteren Unterkünften. Und dann haben wir ja echt noch mehr als genug Platz hier für andere Items. Vielleicht doch mal die ein oder andere Brauerei auch nutzen. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wofür wir das... Ja, doch, für Atole und für Chili-Soße könnten wir jeweils vielleicht eine Brauerei nutzen. Wir müssen es ja vielleicht mal kurz anschauen. Auch Atole eigentlich alles. Mais und Zuckerrohr. Da könnten wir ja einzelne Farben auch vielleicht einmal umstellen. Einfach von Kaffee, Bohnen. Oder wir importieren das irgendwo und schaffen es dann hierher. Müssen wir mal schauen. Egal, das in der nächsten Folge. Dann beende ich jetzt hier diese Folge. Und ja, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. bei mir auch malissen und ich habe einfach Angst oder schon runter. loss. acht. Und ich will doch ja auch noch mal sagen.